Ganz schön frech, aber unheimlich lieb. Komm Quatsch! Pedro, was überlegst du denn? Ich dachte, zum Glück habe ich nicht am 29. Februar Geburtstag. Warum denn nicht? Na, weil es diesen Tag nur alle vier Jahre gibt. Ah, du meinst, dass der Februar sonst nur 28 Tage hat? Ja, da frage ich mich auch, wie man da jedes Jahr seinen Geburtstag feiern kann. Mhm. Jana, meinst du, man bekommt dann auch nur alle vier Jahre Geschenke? Eigentlich müsste das so sein. Da verstehe ich auch, dass du nicht am 29. Geburtstag haben willst. Das wäre ja schrecklich. Uh. So, hat das Jahr mit den 29 Tagen im Februar eigentlich einen bestimmten Namen? Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Kannst du uns mit dem Namen helfen? Wie nennt man denn so ein Jahr mit 29 Tagen im Februar? Ganz schön frech, aber unheimlich lieb. Kom結 Was?